ja jeder schnellstens wird dann würde ich jetzt in Ordnung in der Luft Mensch diese Framelacks jetzt so auf den Sack so das Holz legen wir vorne ab, Steine das können wir alles vorne ablegen Stapeldrahtzaun das legen wir hier ab nicht das mit dem verlieren wenn wir sterben Stein nehmen wir vorne Waffe nehmen wir an der Hand die lassen wir auch hier die nehmen wir mit die lassen wir hier jetzt gehen wir nach vorne in deine komische Drexbox das kann rennen das kann das kann rennen, das kann rennen das kann rennen, das kann rennen gut let's go also wieder zum Krankenhaus ja da waren wir eigentlich unten so weit durch eigentlich ja, theoretisch ja hast du mich eigentlich schon auf der Karte markiert oder? oh nicht ja, ich sehe dich richtig nehme ich auch bis mal alt nur gucken ich würde gerne noch ein paar Autos mitnehmen weil wir brauchen dringend mal ein paar Autobatterien die haben wir jetzt mal gar nicht gekriegt aber Motoren bis zu mir nicht mehr aber ich brauche keine Motoren mehr so hier schon mal gehst, wo bist du denn eigentlich? ich bin schon voll bist du schon am Krankenhaus oder was? ne, noch nicht du bist doch hier weiter rechts von mir, das ist doch hier eigentlich auf der Hauptstraße irgendwo das scheiß Ding ne, ich laufe zwischen den Eisern, achso ich laufe hier mal genüsslich die Hauptstraße entlang vor allem, wie viele zum mich hier einfach noch liegen eigentlich einfach so rumliegen da ist es also man sieht es noch nicht, das ist ja der Parkplatz davon alter, man hat ja echt ja keine Sichtweite in dem Spiel, ey so, du weißt noch, wo es reingeht? ja, ich will erstmal nochmal meine Autos gucken, die ich beim letzten Mal zurückgelassen habe alles klar so, ich suche schon mal nochmal habe ich überhaupt ein Auto zurückgelassen? ja dass wir ja keine Batterien bekommen haben, ey aber kein Zombie so, kurzes Eisenrohr Eisenscheinwerfer schon wieder äh, ich brauche aber eine Batterie hier haben wir missgewogen oh, ey also, wie Autos sind hier ja da, doch ist noch ein ganzes, okay und auch, ey, ich hab' ne Schüttelhaft gib mich, äh, Batterie äh, Batterie gib mich, äh, Autos, Batterie ah, gib mich gerne Autos, Batterie ah, gib mich gerne Autos, Batterie all, wie sehr ich Bettler und heule hat's kein Bock nee, komm noch auch oh, cool, ich bin auch mit auf toll ich bin auch wirklich nicht viel ich kriege Leder gerade für dich wenn du so auch noch mal äh, jetzt ja Feder komm, gib mich Autos, Batterie Öl, Feder ja, ja, da ist eine ja, da ist der zweite Scheinwerfer meine Freunde der war wichtig gerade für hinten ok ich hab, äh ach, geil, ich hab' ja gefunden ja jo oh, mein Stuhl oh, ich hab' ne Autobatterie ich fühl mich gerade wie der größte King, also na, ich muss mal kurz warten, ich hab' keine Ausdauer mehr hat er hier ganz viele Züge oh, Alter, an der Korre ist ein Bär echt ja, man nicht cool ich hasse die Viecher weil nach unserer Auseinandersetzung mit einer Maschinenpistole 30 Schuss gegen Bär Bär gewinnt Stofffetzen, ok, warum geht's nicht? hier gibt mich die Autobatterie Schmieröl Feder äh, Stofffetzen Motor schon wieder also hier Bohrer und alles können wir online, Max es wird wieder es wird neblig verdammt neblig ja, da könnten wir ja hier auch mal drin bleiben ja, Scheinwerfer ja, nur eine Batterie ist noch eine sehr sehr Mauerausbeute, muss ich sagen oh, Alter jetzt sieht die Stadt richtig finster aus ohne Spaß also sieht schon bösartig aus, die Stadt ja, ich höre auch rübe Ziele hmmm fühlt man sich ja gleich sicher jetzt auch noch Zombie verseuchten statt jetzt ist doch Nebel wieder weg jetzt ganz plötzlich wieder alles war aufgeklaut ja, aber ich höre ganz viele Zombies, das ist mir hier naja, juckt nicht, scheiß auf Zombies vor allem, ich hab das jetzt nur Wasser gefunden und so ein Quark hm, das riechen sahen, Alter du bist jetzt eh ne Batterie gekriegt, oder? einen Motor und eh ne Batterie, ja hier jetzt runter toll da geht's in der dritte eine zweite Etage, stopp die Tür, da hinten da ist noch ein Auto da hinten ist noch eins boah, die Suche nach der Autobatterie, ey ich finde keine Medizin Klamotten brauchen wir nicht ein Krankenhaus, wie kommst du da bitte auf Medizin, das ist ja Quatsch noch ein Motor, ey, der Motor hat doch eine viel geringere Droprate als die Batterie ey, das ist ja auch nicht aber ich habe jetzt noch vor, wir würden das sehen auch nicht wenn du was auch brauchst, aber muss ich mir nur ganz gut weg da, okay da haut der ab, der Lappen wir brauchen immer noch eine scheiß Autobatterie, weil ohne Autobatterie können wir keinen Scheinwerfer herstellen und ohne Scheinwerfer ist es nachts verdammig verdammig dunkel wir haben jetzt Scheinwerfer on Mars wir haben Motoren, die wir dafür leider nicht brauchen ähm, sämtliches anderes Scheißzeug haben wir aber wir haben jetzt gerade nur eine Autobatterie, einen Scheinwerfer haben wir ja schon ich habe das allerdings noch nie das Problem Batterien zu finden in meiner anderen privaten Welt ey, Jungs, da habe ich keine Motoren halt da habe ich bis jetzt eh einen Motor gefunden und halt übelst viele Batterien da haben wir, weiß ich gar nicht, acht oder zehn Scheinwerfer schon auf dem Dach stehen wieder ein Scheinwerfer das gibt es doch gar nicht, ey ich meine, wir hatten hier vorher vor mir bitte die Batterien raus geklaut so viele Optionen gibt es ja nicht verdammig da ist aber laut eine Sache ey, glaubst du, ich finde hier noch eine Batterie, Alter ja, was ist denn das? ich finde es ja jahres, Alter ist ja richtig, Mau ich finde du, die Stadt hat auch gleich gehen Autos mehr, ne? ich finde sie einfach ja auch nicht mehr die erste Etage war anscheinend du bist das ist ja eine Supplybox, Alter das gleiche vorne? ja ja, tatsächlich kannst du zu holen? also, das ist jetzt erstmal am nächsten Mal Alter Heizsicherheit, das nicht denn mit so einem Rotz-Heizsicher Papier ich kann aber nicht weit weg sein, die ist schon so groß hier dargestellt ihr müsst hier vorne eigentlich gleich irgendwo liegen die sehe ich ja auch die ganze Zeit ja, na, du darfst dich glaub ich nicht angreifen und auf einmal ja, ich sehe sie, ich sehe die Supplybox jetzt wird es wieder übelst dunkel was ist denn das hier für ein Wetter haben wir denn im Scheißspiel April, oder was? ja, natürlich sind an der Supplybox Zombies, Alter, es war so, klar brauchst du meine Hilfe? ne, ist nur einer bis jetzt bis jetzt wohlgemerkt, da ist er ja, wie gesagt guck mal rein, alles rausnehmen und dann oh, Alter ähm, elf Verbandskäste, viermal Antibiotika ein AK-47 schafft, acht, ja, drei Messbecher viermal Antibiotika und achtmal Painkillers ja, da wird das mein Inventar auch komplett voll aber es gibt sowieso keine Autos mehr, darum gehe ich erstmal zurück bau den Scheinwerfer, setz den oben auf unser Dach, auf Rückseite und bring alles andere ins Bad und Medizinschrank oh, jetzt ja, jetzt sind, oh, ja Max, die Zombies sind gespawnt ja, statt des Fall na gut, alles klar ich komme ja schon irgendwie zurück und die Autos sind auch wieder da, die Autos sind auch wieder gespawnt lustig ich nehme ein paar Möbelstücke mit na, das heißt, jetzt hier, oh, Alter, diese dreckige vorzehrende Möbelstücke mit oh, cool also ohne Zombies hat das Auto abbauen mehr Spaß gemacht halt, so brauchen wir nicht ey, wie ey, wieder ein Scheinwerfer ey, glaubst du, ich kriege mal hier eine scheiß Autobatterie denkst du, ich kriege mal hier irgendwas medizintechnisches? ne nö für eine Autobatterie brauche ich sowieso einen Platz weg 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 na, hier muss doch jetzt was drin sein na, das sind alles auch nur so eine spontanischen Autos ich brauche ein ganzes, glaube ich, sonst sind da keine Batterien drin meh, nee ey, das jetzt doch nicht was will ich denn mit Wasser kann ich dir auch nicht so haben kann ich dir auch nicht so haben ey, ich raste aus hier wie man hier nichts großartiges findet und soll ich, ich lauf erstmal nach Hause, ne also so viel Zombies sind es nicht, ich hab jetzt vier oder fünf gesehen, aber die kannst ja locker umrennen ja ja das sind ja keine Autos mehr sind, fickt mich grad, ey ja, dass ich hier nichts mehr finde in dem Kack-Raum in dem Kack-Gebäude man könnte belasten nehm ich an ja wo konnte man, wo war denn eigentlich der scheiß Scheinwerfer da unten ja ich bin auf der Dachtarraffe den kann ich so direkt herstellen blei bin ich auf dem Scheißdach von dem Scheißdach hatten wir eigentlich schon den Plan für den Erdbohrer? ne, war weiß ich nicht kann sein ich bin mir jetzt weil ich habe ja die, 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 ähm Schatzkarte habe ich ja immer noch nicht gelesen, war das könnten wir auch in Angriff nehmen noch ja, aber ich dachte nicht ich weiß jetzt nicht, habe ich den Erdbohrer, habe ich den Plan gelesen? da haben wir den irgendwo sie sich ja nicht oder war das überhaupt hier? nicht das, das ja, noch Subly Drop vor einigen war ja noch nicht ja, vor einigen haben wir ja irgendeine Subly Box gefunden, ne aus ja, das war als, äh, richtig dummer Zufall die habe ich jetzt nur durch, äh, ein bisschen Dingen so, äh, oben auf der Map gesehen ja ach so, wo ging es doch jetzt aufs Dach? ja jups ja, sehr schön jups und da lang so Spiritus, juhu Messbecher, Amor ach, da hinten ist er die ist auch nicht weit weg ja gut, das heißt nicht weit weg, äh, das könnte näher sind, aber sieht schon dann wird das nicht her die 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 Ich weiß was ich jetzt am meisten gefunden habe. Glaskrüge, Heizen, Flasche drübes Wasser, Zehen, dann 10 mal Bier, Schießpulver, Klamotten, Pistolenteile, Leder, was zu essen. Oh moin. Und Kaffeebohnen, das wars. Ja du, besser als nischt halt. Ja Pech ja. Einige verschwindet ja auch irgendwann, weil der geht bei mir nämlich auch nicht weg. Ja was? Ja, Subly Drop. Nein, es ist gerade noch einer gekommen, der ist auch in der Nähe der Stadt. Ok, da könnte ich vielleicht hinrennen, vielleicht haben wir ja auch noch was. Oh, das ist ja ein tausender Baum, alter. Ich lache, wenn jetzt in der Wildtüte was drin ist und sie ist auch leer. Boah, scheiß Baum. Ja. 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 Ja.